Die Elektrotechnik hat mich schon immer begeistert. Das war mein Hobby. Und wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ist das eine tolle Sache. Auch den Leuten möchte ich das gerne vermitteln. Mein Name ist Alexander Rutze. Ich bin der Ausbilder für die Elektroniker Betriebstechnik hier am Standort Edertal. Unser Kraftwerkstandort ist eine große Batterie. In Zeiten, wo wir viel Energiebedarf haben, können wir das Wasser ablassen und können so Energie erzeugen. In bedarfsarmen Zeiten können wir Wasser auf den Berg pumpen und so die Energie speichern. Wir haben immer mehr erneuerbare Energien im Stromnetz. Deswegen ist es besonders wichtig, dass unser Kraftwerk als Speicher fungiert. Unser Kraftwerkstandort bildet einen soliden Pfeiler für die Energiewelt von morgen. Zu meinen Hauptaufgaben gehört, interessante Angebote für junge Menschen zu schaffen, sie zu motivieren. Das Wissen zu vermitteln, komplizierte Zusammenhänge einfach erklären. Wir bilden hier am Standort auch für unseren Kooperationspartner aus. Wir haben andere Auszubildende, die hier noch Wissen erwerben können. Die belegen hier Kurse, können hier Fortbildungen machen. Ein sehr interessanter Bereich. Neben unserer Ausbildungswerkstatt hier im Edertal bilden wir noch an den Flussgruppen aus, wie zum Beispiel Landsberg am Lech. Wir haben im Moment elf Auszubildende und drei Schülerpraktikanten. Unsere Ausbildung umfasst auch die Prüfungsvorbereitung, die hier gerade stattfindet. In der Ausbildungswerkstatt hat sich vieles verändert. Die Technik bleibt nicht stehen. Die Digitalisierung schreitet voran. Für mich ist es eine spannende Herausforderung, diesen Prozess zu begleiten. Unser Ausbildungsstandort hier am Edersee ist in einer Ferienregion. Eine wunderschöne Gegend. Aber für die jungen Auszubildenden ist es auch interessant, mal woanders hinzugehen. Mal über den Tellerrand schauen. So ging es mir auch. Nach meiner Ausbildungszeit bin ich hier erstmal in zwei andere Standorte gewechselt. Habe mir den Konzern angeschaut. Habe viele nette neue Kollegen kennengelernt. Andere Arbeitsweisen, andere Umsetzungen. Es war eine sehr tolle Zeit für mich. Als ich mir die Chance bot, hier wieder zurückzukehren zum Standort, nach dem Motto Back to the Roots, bin ich gerne wieder hier als Ausbilder zurückgekommen. Es macht mir Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten. Die Auswahl von neuen Auszubildenden liegt mir besonders am Herzen. Gerade, dass wir hier gute Leute finden beim Recruiting, ist eine ganz wichtige Sache für uns. Teambuilding spielt eine große Rolle bei uns, auch in der Freizeit. Wir haben zusammen am Kassel Marathon teilgenommen und haben den ersten Platz belegt in der Staffel. Nach der Ausbildung gibt es im Konzern zahlreiche Möglichkeiten zu wechseln, andere Standorte kennenzulernen. Mein Rat an die jungen Leute, offen bleiben. Einfach mal die Perspektive ändern und sich neuen Herausforderungen stellen. Ich bin Alexander Hutze und wir sind Uniper. Ich bin Alexander Hutze und wir sind hungräCH. Ich bin Alexander Hutze und wir sind Uniper. Ich bin Alexander Hutze und wir sind unter dem Spiel zu wechseln und beinfl disgrace an die Jungen Leute,